Kleine Quizfrage. Was unterscheidet die rechte Schraube von der linken? Genau, ihr Schlitz ist total kaputt und man bekommt sie mit einem Schraubenzieher unmöglich aus der Wand. Heute zeige ich euch einen genialen Trick, wie ihr Schrauben aus der Wand bekommt, selbst wenn der Schlitz schon total hinüber ist. Alles, was wir brauchen, sind kleine Gummibänder. Das Gummiband braucht man nur auf die Schraube zu legen und dann hier mit einem Schraubenzieher anzusetzen. Dann funktioniert es wunderbar und die Schraube lässt sich herausziehen. Nochmal in langsam. Das Gummi wird auf die Schraube gelegt und es bewirkt, dass der Schraubenzieher mehr Grip bekommt und so die Schraube herausdrehen kann. Übrigens, das Ganze geht natürlich auch mit einem normalen Schraubenzieher ganz ohne Elektronik. Dauert etwas länger, aber wirkt genauso gut. Und das unmöglich zu bewältigende Problem ist dank dieser pfiffigen Idee gelöst. Viel Spaß mit diesem genialen Trick!